Unsere Bildungsministerin, Frau Wanka, kriegt von mir zum Schluss noch eine kleine Sonne in ihr Matheft gemalt. Ja, ich habe auch manchmal Schwierigkeiten beim Kopfrechnen, aber mir persönlich ist noch nie so eine geile Ausrede eingefallen wie ihr hier. Oh, jetzt muss ich addieren. Also 13 und 15, 20, 40, 55 kriege ich raus hier. Aber ich kann mich jetzt verrechnet haben. Kann zwar eigentlich rechnen, aber rechne weniger mit Zahlen. Für mich jetzt schon der Last der Woche. Ich kann zwar rechnen, aber ich rechne sonst weniger mit Zahlen. Ist ja nur die Bildungsministerin.